so alles klar so dann willkommen zu einem kleinen aufnahmestream zum iron man mit meiner ascha die ist jetzt schon stufe 9 wer die folge heute gesehen hat hat gesehen ja dass wir hier aufgehört haben und wir werden jetzt in diesem ballon steigen da kann ich nicht viel reden weil das eine ziemlich lange sprachsequenz ist so mal kurz gucken ich würde den ganzen gerne ein bisschen lauter machen weil ich höre die texte das ist im spiel wo die annehmen system sound nämlich alles sehr leise ist immer noch nicht lauter aber alles klar dann mal auf wo ist meister schang sie waren im stabwald ihr wisst wo meister schang jetzt ist lasst mich doch hoffen ich werde den alten mann vermissen wenn wir mit shenzhen zusprechen wann zeige ich kein respekt ihr verletzt mich also das werde ich als sie uns blamiert schenzen zu wir sind die nachfahren wir haben euren schmerz gespürt und wollen helfen woran leidet ihr schenzen zu was können wir tun ich leide schmerzen aber es wärmt mein herz dass die julangs enkel mich nicht vergessen haben ein strach setzt in meiner seite ich kann ihn nicht entfernen ich kann ihn nicht entfernen der schmerz ist unerträglich ich kann kaum mehr gerade schwimmen bitte enkel könnt ihr diesen stahl entfernen ich vermag es nicht selbst zu tun natürlich schenzen zu aber euer panzer ist groß und ich weiß nicht wo dieser stachel steckt ihr steckt in dem wald in dem euresgleichen nicht wandelt folgt den bergen und ihr werdet ihn finden wir werden ihn finden und entfernen ihr habt unser wort ich danke euch enkel ein stachel meine pinzette liegt leider zu hause wie kann etwas so kleines etwas so großem schmerzen bereiten wir werden es schon bald wissen seht ihr was ich sehe ist das ein schiff es ist ein schiff ein ganzes luftschiff der stachel ist größer als ich erwartet habe und das da sind garantiert keine pandaren sie haben kein fell niemand ist in unsere insel gestürzt diesen stachel zu entfernen könnte komplizierter werden als wir gedacht haben wir sollten zuerst den ältesten Shao Pai informieren bevor wir fortfahren so die sequenz ist vorbei ich habe ja gesagt ich rede nicht wenn die läuft ja flausche dann viel spaß beim reiten moin black so das ist mein iron man ich habe ja gesagt ich mache dann heute mal dass ich eh aufnehmen muss den ganzen tag machen wir das mal alles zusammen so äh da und wieder raus oh Gott und wieder da hoch so dann wollen wir mal Endspurt auf der insel ich werde auch maximal zwei stunden aufnehmen weil ich habe noch ein bisschen mehr aufzunehmen heute weil ich weiß ja nicht wie lange die Handwerker ne wie lange die Handwerker hier die Woche sind ganz gut soweit jawoll Level 10 so wegklicken wir dürfen ja nichts wählen öffnet das Zorn sobald 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 die Handwerker natürlich heute Nacht an aber ich denke da wirst du schlafen so nochmal zu zeigen sie hat keine Berufe erste Hilfe habe ich nicht gemacht weil die kann sich heilen und wir dürfen nur das nehmen was wir halt bekommen wir dürfen natürlich auch die Skillung wechseln keine Frage nur Grau und Weiß anziehen hat sie an keine Gilde weil sonst drücke ich noch auf gelben reparieren oder so man kann zwar in die Gilde gehen aber ich äh lasst mich versuchen so ach komm du hast doch hier was in der Hand Jojo mal auf gut gemacht Jojo so so wir haben jetzt gerade was haben wir gekriegt Erdschock ja ich wollte ja mal rollen weil ich mit Pandaren immer Mönch verbinde aber das geht ja leider hier nicht so gucken wir mal sind das Freunde von euch? ich habe sie noch nie zuvor gesehen Weihbleichwut Schlechte Pandaren gibt es einfach nicht Hi Neun Tiger jetzt ein freier aber kläglich unterbewaffneter Tauren seid gegrüßt Pandaren die Allianz? als das abgestürzte Schiff ihnen gehörte müssen wir mit ihnen reden Jojo kommt ihr mit? so die gehen zur Allianz wir müssen dieses Schiff entfernen wenn wir eurer Mannschaft helfen werdet ihr uns helfen? mit Freuden aber unser Ingenieur ist immer noch dort draußen wir werden ihn erst retten müssen Kraft und Ehre wir haben hier jemanden der alles und jeden finden kann nicht wahr? wir kümmern uns darum ok soll ich hier noch einen Ingi suchen? ich glaube der war irgendwo an der Wand oder? mal gucken so dann machen wir mal Moin Eule Moin Eule so ein bisschen aufpassen das Level dauert natürlich ein klein wenig länger weil wir dürfen ja keine Quippe ziehen ne? kennt er ja falls jemand sich für die Regeln interessiert ich hab die heute auch mal mit rein gepackt unten da könnt ihr euch das genau angucken das ist gar nicht wenig ich meine die Frage mit dem Reiten ich mein Reiten dürfen wir aber äh hier hat sich erledigt weil da ich keine Fraktion habe habe ich auch keinen Right Mount naja und wie ich schon sagte das hier ist ein Aufnahmestream das heißt ich reagiere nicht immer sofort auf alles und gerade wenn sie so wie eben die Sequenz läuft da reagiere ich da gar nicht weil ich finde es nicht schön wenn man da dadurch dass es eh schon leise eingestellt ist weil ihr das so haben wolltet den Leuten ist das ja immer zu laut ähm werde ich da nicht drüber quatschen und da ja mein anderer Iron Man gestorben ist fangen wir nochmal neu an so so da ist noch ein Stück Holz lassen wir den Orken mal bisschen vorarbeiten so zack da ist die nächste Miezer na viel Schaden machen wir noch nicht aber das wird wir haben halt noch den kleinen Scheiß an ne brauchen wir noch vier oh ich habe vergessen den den dazu machen Gold darf ich mir nicht rüber ich darf mir ja auch nichts rüber schicken mit den anderen da ich bin mal gespannt wie wir so ohne da wir ja eh keine Berufe lernen müssen äh oder lernen werden oh ne das sind zwei zwei tun wir jetzt mal nicht an jetzt brauchen wir noch zwei Katzen aber zwei auf einmal könnte schmerzhaft sein so die Katze Mietz Mietz da ist er ach Gott der ist auch noch Welpe vielleicht zählt die auch noch als Katz Kätzchen ah ich glaube weniger ne die kleine zählt nicht guck guck wie so alle rennen und sammeln so wolltest du mir gerade helfen ist aber nett naja jetzt geht nicht mehr ähm und sonst wie geht's euch grüße grüße pandaren so da war das Holz ich muss dann nachher dran denken grüße den ähm Charakter noch eintragen zu lassen auf der Seite ach nee ach nee moin philipp ach g kommst du mit schön das freut mich so so bum 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 laufe nervt laufe nervt laufe nervt aber eigentlich müsste ich das ja kennen von früher ne es nervt trotzdem wir sind so verwöhnt mittlerweile so das ist der ingi glaube ich ne was liegt an attack wer hat sechs sprengsätze bleib gut auf wir verstehen uns kriegen wir auch hin hey miriam ach verdammt den hat er gerade getötet ja dann krieg ich den noch mit yo habe ich mitbekommen aber wenn die schon halb tot sind jawoll einfacher kriegst du auch nicht äh das Zeug zusammen so einmal hey anda ich hab mir heute gedacht ich mach mal da ja eh nach immer wieder nach dem stream gefragt wurde ich mach jetzt einfach einen Aufnahmestream mit meinem Ironman Ironman wir haben da zwei Fliegen mit einer Klatsche so dynamit brauchen wir ja keines mehr aber das ist mein neuer Ironman mit Paladin hab ich ja weggestellt musste ja nach dem Tod darf er nicht mehr benutzen darf er nicht mehr benutzen weil es darf schon der hat jetzt Account gebunden das Equip an und steht halt in der Gilde klar zack huuuu klabotten ja komm her du das ist wie verwöhnt man ist ne das ist total ungewohnt dieses Kämpfen was bist du seit gestern 10 Uhr wach ja warum machst du denn sowas so Quest aufwärtig wow wir haben schon 70 Silber so schön Level 11 neue Stiefel wow wow beim Frack der Himmelssucher das ist glaube ich auch irgendwo hier hinten ne ist das nicht da hinten lang ne da der andere Weg lang hast nur WoW gespielt ok ach Leute ach Leute ist der Bock von hinten da jetzt auch noch kommen leider ist der Respawn auch nicht gerade gering das hab ich schon mal gemerkt dass es dann der Respawn so schnell ist ne das kann jetzt ja auch in Legionen echt heiter werden dann ist das für so einen Iron Man Charakter echt äh schon sehr anstrengend so oh da kann ich Klamotten verkaufen juhu ich hab nämlich so viel Müll in der Tasche der los der weg will 2 3 4 4 5 6 8 10 10 10 11 10 11